So, okay, weiter geht's. Und wir schießen da oben das Ding ab, um einen Samen zu ernten, der im Wasser wächst. Wow, Voranzen sind ja so... Falalalansen voran... Falalalalanzen sind ja so bezaubernd, wollte ich gerade sagen. Wow! Okay, und du da oben? Ey, hier sind scheiß Affen. Ohne Witz. Ohne Witz. Guckt euch das an, wie sie mir auf den Zünder gehen. Die erinnern mich wie an hier aus Mario und die... Ja genau, ein Tränk hier. Bam! Bam, bam! Bam, bam! Ja, komm, okay. Lass mich einfach von dir abspringen. Ja, nein, ich bin nicht irgendwie wütend auf Affen oder so. Nein, Leute! Wo denkt ihr hin? Da hochkomme ich doch. Warte mal. Muss ich eben herausprobieren. Herausprobieren. Ähm, weil ich glaube, da oben rechts war etwas. Okay, Yoshi, try your very best! Wow. 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 Fuck, scheiße. Moment, da nehme ich einen Affen mit. Affen kommen... Hä? So, irgendwo ein Affe sein zum Mitnehmen. So, da oben. War doch irgendwie was oder nicht. Oder wo? Oder wie? Oder was? Oder warum? What the heck? Ach, ich weiß es ja nicht. So, auf den Affen. Ja, auf den Affen springen wir jetzt raus. Pass auf. Okay, und bam! Weeeeya! Ah! Und hier ist nichts. Okay, sehr schön. Aber hier irgendwo muss man nochmal hin. Ich, ich, ich täusche mich. Doch, da! Wusste ich doch. Irgendwo war was. Yeah, ja! Zack! Und hier sind aber nichts Rotes scheinbar. Doch, doch! Ah, ey, 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 ey! Boah, du kleines Scheißvieh, oder? Ich mag diese Affen hier überhaupt nicht. So. Zack! Nothing more. So, und hier noch vielleicht irgendwo. So, flug, 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 flug. Strokewehr, Yoshi. Bam, spuck den Scheißpilonen aus. Ich will meine Zunge benutzen können. Danke. Okay, hier war nichts mehr. Sehr gut. Yeah, ja! Ha ja! Shucken! Yabadabah! Okay. So, ich hoffe... Wow, da geht es ja doch noch weiter. Äh... So, äh... Schießen wir einfach mal gegen und... Ja, ha, ha, ha. Siehste. Rote Münzen sind überall, wo man wie am wenigsten vermutet. Hier, jetzt bestimmt nochmal ganz viele Mimis, oder? So, und da auch nochmal, oder? Na gut, mein Leben. Kann auch nicht starten. Yeah, ja. So, wo komm ich jetzt raus? Ich hoffe, das ist... Ah, das ist genau da, wo ich die Dinger als Sprungbretten missbraucht habe. Sehr gut. Yeah, ja, das klappt ja gerade wirklich bezaubert. Und jetzt, pass auf, jetzt ist hier eine Blume, die mich nach oben führt. Ich glaube es nicht. Unglaublich. Komm ich jetzt wirklich nach da oben wieder? Tatsächlich. Die hatte ich gar nicht in Erinnerung. Ich dachte, das muss man so machen. Na gut. Dann eben nicht. Ja, ja, ja. Super. Ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Okay. Ja, jetzt habt ihr einen optionalen Weg gesehen, wie man das auch machen kann. Für die Fortgeschrittenen quasi. Ja, das war auch genauso geplant. Ja, 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 ja. La, 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 la. La, la, la. Komm schon. Weihnachts-Yoshi. Zeig, was du kannst. Zack, bämm, okay. Der Weihnachts-Yoshi hat uns bisher doch nicht enttäuscht. Außer, dass er in seinem eigenen Level vorhin nichts vers Kerum hat. So. Die ganz viele Mimi ist wieder für uns. Und wir gehen nach oben. Oder gehen wir nach oben, oder gehen wir nach unten? Nein, wir gehen nach oben. und hoffen, dass das richtig ist. Zack, bam. Ah, warte, da oben rechts ist was. Ist da was wirklich für uns zu holen? Warte, man kann da oben drauf, das weiß ich doch noch. Oder nicht? Ich probiere es nochmal aus. Ja, 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 ja. Nein, geht nicht, okay. Schade. In irgendeinem Level ging das nämlich, das weiß ich noch ganz genau. Das habe ich jedenfalls... Oder es war ein Bug und es wurde entfernt von der Game Advance dieser Version hier. Na, komm. Geh durch. Bugger, agger, kleine Deppen hier. So. Zack, zack. Und du darfst dich auch noch umdrehen. Bam, bam, bam. Ey, 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 ey. Ich habe dich doch aufgespuckt. Mein Fräulein. Bugger, agger, Mann, geh da weg. Ein Blümchen für uns und das ist nett. Nein, nein, nein. Hoffentlich kommt ihr nicht runtergefallen. Sehr schön. Sehr schön. Und unten haben wir einen neuen Gegner. In Anführungsstrichen Gegner. Und was kann der machen? Der kann ganz neue Sachen, wie zum Beispiel sowas. Ja, wunderbar. Wofür wir den brauchen? Ähm, gute Frage. Ich glaube, er muss dir irgendwas für uns tun. Ne, muss ja scheinbar nicht. Zack. Bam, bam, bam. Wunderbar. Okay. Ja, er spuckt mit, ähm, Seifenblasen auf uns. Ging's da hoch? Da ging's aber hoch. Ich weiß es doch. Irgendwo hier muss ich doch nach oben. Ich weiß es doch. Dankeschön. Nichts. 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 Doch. Muss ich doch. Na gut, ein Leben. Ja. Gut. Immerhin besser als... Wie viel haben wir noch? Fünf Münzen und... Eine Blume. Die wollen wir doch noch finden. Bitte, bitte, bitte. Lass mich nicht nochmal in dieses Level gehen. Oder was? Hier, wo man noch oben kottet. Ja, ich bin grad total... Verzweifelt, weil ich irgendwo nach oben will. Na. Irgendwo hier kommt doch noch der Scheiß mit dem Fisch. Da noch drei Münzen. Komm schon. Da ist er. Oh mein Gott. Lungenfisch. Wow, wow, wow. Lungenfisch. 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 Ja, jetzt wirklich Lungenfisch. Aufbekannt aus Tetris Attack. Ah. Lungenfisch. Und gar nicht viele fakeige Blumen. So, wir müssen da noch irgendwo... Die echte... Da unten ist die echte. Und da unten sind bestimmt die letzten drei roten Münzen. Komm, sagt es mir. Ich will da runter. Wie geht das denn jetzt nochmal? Ich will da runter. Roter, 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 roter. La, la, la. La, la, la. Oh Gott, ich ahne es ja. Okay, komm. Boah. Ja, dankeschön. Und jetzt weg, 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 weg. Ah. Oh mein Gott, danke. Und Schlüssel. Zack. Thank you. Okay, dann noch zwei Münzen, die ich bitte hoffentlich sofort auf Anhieb finden werde. Peng Boom Ballon. Okay. Scheiße, die Dinger da in der Mitte. Die werden mir wieder die ganze Summe versalzen. Okay, warte, jetzt wird es knapp. Hau ab. Idiot. Hat er mich da runtergestoßen? Hallo, Yoshi. Nein, geh weg. Oh, thank you. Thank you. Da oben war gerade ein komischer Bug. Fünf Sterne nur? War das gerade fünf Sterne plus Dinge? War das echt fünf? Warte mal. Zwanzig, ich wollte schon sagen. Achso, es waren jetzt zwei umgedreht, deswegen. Wow. Das war knapp. Okay. Jetzt haben wir direkt zweimal eine Absicherung, was die Sterne betrifft, jedenfalls. Das ist schon mal sehr gut. So, ein kleiner... Oh, scheiß Fake-Boomer. Ohne Witz. Wir wollen einfach... Nein! Aha! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Hälfte sind fast getötet. Zwei, ja, tatsächlich. Okay, äh... Bitte lass mich die jetzt noch finden. Ich will das nicht nochmal machen. Ah. Nein. Ach, Mann. Okay. Wow, 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 wow. Voll leid. So nicht. Hm, hier muss doch bestimmt irgendwo eine rote noch bei sein. Das sieht man. Da. Na, da nicht. Komm schon, irgendwo noch eine rote Münze. Mir fehlt jetzt noch eine. Komm, danke. Thank you. Okay, jetzt können wir nämlich... Warum ich die Dinger runtergemacht hab, fragt ihr jetzt vielleicht. Ganz einfach. Damit ich diese Treppe ja bilden kann. Und mit dieser scheiß Fische keinen Strich mehr durch die Richtung machen können. Yeah! Die geht nämlich jetzt durch, wie ihr seht. Wow! Oh, kräftig. Sehr schön. Okay, und, ähm... Wow, wir rasen gerade direkt in einen Piranha rein. Nein, 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 nein. Thank you. Und da bitte nochmal Mimis. Da muss ich nämlich keinen von meinen tollen Sternenvorrat verbrauchen. Sehr wahr. Wunderbar. Okay, da hängt uns noch ein Leben drin. Das benutze ich jetzt... Oh, ich will jetzt nicht, weil... Nö. Warum ist das hier so lang? Okay. Oh. We did it! Yeah! Nie wieder in dieses Level. Gut, bis jetzt. Von sieben Leveln haben wir drei. Müssen wir drei nochmal machen. Und das Schloss kann ich jetzt noch anfangen. Nur muss es im nächsten Mal beenden. Im nächsten Mal wird also morgen sein, Leute. Ich werde es jetzt aber trotzdem schon mal anfangen. Einfach mit der L1 anfangen. Weil jetzt kommt einer der besten Schlösser. Also... Das Schloss jetzt nicht hier... Oh mein Gott! 666 Wutku! Waaah! Oh mein Gott! Ich darf das Spiel nie wieder spielen. Okay. Memory nochmal. Och Gott, Sakramente seid ihr freundlich. Seid ihr geil. Und ich glaube, ich komme nicht dazu, davon das Schloss anzufangen. Aber gut, meinetwegen. Okay. Merken. Zack, zack. Zack, 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 zack. Okay, das ist jetzt komplizierter als das letzte Mal. Aber... Ja, komm schon. Komm schon, komm, 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 schneller. Ewig kann ich mit euch merken. So, hier waren die guten Sterne versteckt. Bam! Yay! Und noch eine Absicherung. So, das ist perfekt. Sehr, sehr, sehr perfekt sogar. So, gleich sehen wir nur noch das Bild von meinem Lieblings-Edgegner im Spiel. Und, ja, dann werdet ihr wissen, was das ist. Zack. Sehr gut. Okay, ähm... Jetzt... Ende meiner Latein. Warte, jetzt weiß ich nichts mehr. Ich habe hier die 10 Sterne, weil die waren hier unten irgendwo. Ja? Oh, fuck. Okay, ähm... Hoffentlich jetzt eine von den beiden Zeichen. Die Lupe. Da gab es aber, was war die denn? Da? Nein! Nein! Okay, hier seht ihr meinen Lieblings-Boss-Gegner im ganzen Spiel. Das ist diese Piranha-Pflanze. Wie gucken wir uns nochmal den Score an bisher? Das erste Level, das dritte Level oder das sechste Level dürfen wir später nochmal machen. Das ist ja ganz toll. Sechs von der Hexel ist gut, oh mein Gott. Okay, ähm... Aber, da wir das gerade so perfekt mit der Zeit eingeplant haben, ich habe jetzt noch 50 Sekunden, werde ich nicht in das Level gehen, das werde ich dem nächsten Level ganz allein diesem wunderschönen Schloss mit dem noch viel schöneren Endgegner widmen. Ich sag mal, Leute, wir sehen uns morgen wieder in Yoshi's Island. Bis dahin, tschüssi! Ja, ich sag mal, bitte. Ja, ich sag mal, bitte. Vielen Dank.